Herzlich Willkommen bei D18-Foto. Mein Name ist Dallas Eltin. Heute wunderbares ISO 100 Wetter. Das heißt, wir haben einen wunderbaren Film dabei, den Aqua Photo APX100, wo wir den gleich reinbasteln. Das schauen wir uns gemeinsam an. Aber erstmal werfen wir mal einen schönen Blick auf die Nordsee und genießen mal ein bisschen hier die Aussicht. Mitgenommen für den kleinen Ausluck hier dafür, habe ich mir dieses Mal dieses wunderbares Stück, die Praktina FX von den Kamerawerken KW aus Dresden. Dieses Modell ist wahrscheinlich von 1952. Da wurde die Kamera zum ersten Mal vorgestellt und relativ schnell weiterentwickelt. Da gab es eine Blendenautomatik und so. Das hat dieses Ding noch nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, es wird tatsächlich aus den ersten Baureihen sein. Spannend an dem Ding ist, dass es unglaublich viele Möglichkeiten hat, Ersatzteile, Zusatzbausteine anzubauen. Man kann zum Beispiel hier diesen Sucher auswechseln und einen Lichtschaftsucher einbauen. Da gab es einen Stereoaufsatz. Da gab es alle möglichen Varianten, die man hinten drauf bauen kann. Also dieses Ding hier ist wirklich eines der am bastelligsten Kameras, die es damals so gab. Mit ganz vielen Zusatzteilen. Spannendes Ding. Ich habe nur die Standardausstattung hier. Das Ding wurde gefunden in der Erbmasse eines Onkels, einer sehr lieben Freundin. Und die haben mir die Kamera damals geschenkt. Und dann lag die Ewigkeit bei mir zu Hause rum. Weil ich dachte, irgendwann muss man mal die Kamera mitnehmen für einen besonderen Ausflug und an die Nordsee jetzt. Mit diesem tollen Wetter. Das ist auf alle Fälle der Plan. Und die setzen wir jetzt mal ein. Da reinkommt der ganz normale Kleinbildfilm. In diesem Fall der 100er Film, wie ich gesagt habe. Also für den schönen Wetters. Die Linse, die drauf ist, ist bis zu 2,8 runter und 22 rauf. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Bei den Lichtverhältnissen können wir ordentlich spielen. Wir haben Verschlusszeiten von unendlich, also Bob, so lange ich drauf drücke, so lange ist sie auf, bis zu 1.000. Also volle Spannbreite. Da können wir also alles Mögliche mitmachen. Und bei dem wunderbaren Wetter ist ein ISO-Film 100 die beste Wahl, würde ich sagen. Lichtmesser ist nicht drin. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns entweder am Gefühl orientieren, beziehungsweise sagen, wir versuchen uns mit einer glücklichen Blende 8 oder einer 11 zu arbeiten. Oder wir sagen, wir nehmen unser iPhone aus der Tasche und benutzen unser Lichtmesser, je nachdem. Und das ist natürlich möglich. Ich gucke mir ein bisschen um, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche externe Hilfe beim Messen. Dann nehme ich das iPhone, dann bin ich ganz leidenschaftslos. Mein Ego reitet mich da nicht. Und sonst machen wir jetzt ein bisschen nach Gefühl, das sollte bei dem Wetter kein Problem sein. So, und dann packen wir erstmal einen Film rein, wie das geht im nächsten Schnitt. So, und dann packen wir erstmal einen Film rein, wie das geht im Moment. So, und dann packen wir erstmal einen Film rein, wie das geht im Moment. Bevor wir losgehen, gucken wir uns die Kamera mal in aller Ruhe aus der Nähe an. Hier ist ja ein bisschen nett, gemütlich und haben ein bisschen Platz und Zeit zu sitzen. Und es laufen keine Touristen um mich herum, die mich mal komisch angucken, was ich hier so treibe. So, also das Ding hier, habe ich euch gezeigt, kann man abnehmen. Hier oben diesen Lichtschachtsucher, äh, den Lichtschachtsucher, den normalen Sucher. Den kann man austauschen gegen einen Lichtschachtsucher zum Beispiel, indem man hier unten diesen Knopf bewegt. Das lässt sich jetzt auf zwei Positionen schieben, auf A und auf Z. Wenn das A sichtbar ist, ist es abnehmbar. Vielleicht heißt das Auf und Zu, wer weiß. Jedenfalls kann man dieses Teil abnehmen. Und dann könnt ihr mal, wenn ihr hier reinguckt, sehen, was für ein schönes System aus Spiegeln da drin ist. Es ist wirklich ein sehr schönes Prisma. Es ist auch völlig staubfrei, keine Einschlüsse. Das Ding ist wirklich sehr gut aufbewahrt worden im Laufe der Jahre. Tolle Sache. Und wenn ihr hier reinguckt, seht ihr, das ist die Mattscheibe. In der Mitte der Mattscheibe, ich weiß nicht, ob die Linse meiner Kamera das hier gerade auffängt, ob man das sehen kann, gibt es einen kleinen Kreis. Und dieser kleine Kreis hat einen Schnitt in der Mitte und der hilft uns beim Fokussieren. Das ist eine total praktische Angelegenheit. Damit kann man nämlich sehr präzise scharf stellen. Der Kreis, im Prinzip, wenn man gleich hier so durchguckt, der ist in der Mitte des Bildes und hat diesen Schnitt, den sieht man. Und wenn man auf etwas fokussiert, was eine gerade Linie hat und dann ist quasi, wenn es unscharf ist, das Bild, die Linie so. Und wenn ich das Ganze scharf gestellt habe, dann wandert es übereinander, dass eine richtig gerade Linie entsteht und dann weiß ich, ich bin ganz präzise scharf gestellt. Das Bild im Suche an der Spiegel-Flex-Kamera wird natürlich auch scharf und unscharf. Das kann man ganz gut sehen, aber wenn man präzise sein möchte, ist das eine wunderbare Hilfe, wirklich zu wissen, jetzt habe ich es. Das haben wir noch zu zeigen. Hier oben das Einstellrädchen für den ISO-Film, also für die ISO-Zahl. Da ist es im Prinzip nur ein Merkposten, damit ich weiß, was für eine Film-Werkamera drin ist. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die Elektronik drin, die nämlich nicht vorhanden ist, denn das Ding ist voll mechanisch. Hier gibt es die Einstellmöglichkeit für die Verschlusszeiten von Bob bis 1000. Lässt sich in beide Richtungen drehen. Dann haben wir hier vorne einen Auslöser, der hat ein eingeschraubtes kleines Gewinde für den Kabelauslöser, sehr praktisch. Die Blende stellt man hier an der Linse ein, in diesem Falle von 2,8 bis 22. Zum Fokussieren gibt es hier eine Skala am vorderen Teil der Linse unendlich und lässt sich runterdrehen, in diesem Falle bis knapp unter 36 cm. Also ich komme relativ nahe dran. Das Ding hat einen 35 mm Weitwinkel drin, also kein ganz starkes Weitwinkel, aber schon vernünftig. 2,8 ist die maximale Blende. Carl Zeiss Jena hat das Glas hergestellt. Ein Flektogon-Objektiv ist das. Ja, viel mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Eine voll mechanische Kamera. Hier unten gibt es noch die Variante, das Ding auf einen Stativ zu schrauben. Und ich habe jetzt hier einfach meinen alten Canon-Digitalgurt herangeschraubt, was eine total Nummer ist, die man nicht machen darf. Böse, böse. Aber das Ding ist das Stabilste, was ich daraus rumliegen hatte. Und da die Kamera relativ viel wiegt, das ist schon ein Panzer, machte es Sinn, einen vernünftigen Gurt mitzunehmen, keinen ganz dünnen. Und das hier war das, was ich am Stabilsten fand. Und da laufe ich halt so ein bisschen mit dem EOS 70D-Gurt an einer alten 1952-Kamera rum. Das macht aber nichts. Wenn die Leute komisch gucken, ist das halt so. So, und nun ziehen wir gemeinsam los, machen ein paar schöne Fotos und hoffentlich gefallen es euch. Bis bald. Wir schauen jetzt mal gemeinsam durch den Sucher. Ihr seht in der Mitte den Fahnenmast. Der ist ganz gerade, eine Linie. Und wenn ich jetzt die Kamera bewusst unscharf stelle, also ich zoome mal richtig, das ist jetzt Zoom, also ich fokussiere mal richtig in die andere Richtung, Richtung nah dran. Das heißt, wir haben jetzt eine Bewegung zwischen diesen beiden Teilen, die auseinanderbrechen quasi. Der Fahnenmast ist jetzt in zwei Teile geteilt. Und da könnt ihr ganz genau erkennen, was ich meine, als ihr sagt, ihr sucht euch eine gerade Linie und versucht, die in diesen zwei Linienblöcken zusammenzuführen. Und wenn ihr das geschafft habt, ist das Ding wirklich scharf gestellt. Sehr praktisch. Ihr seht auch, dass sozusagen das restliche Bild unscharf wird. Und das hilft schon mal ganz gewaltig, wenn man beim Scharfstellen sozusagen sich auf sein eigenes Auge verlässt und die Sachen dann wirklich in den Fokus kommen. Da seht ihr, es wird immer besser, immer besser, immer besser. Und irgendwann kommt sozusagen die Frage, wie präzise bin ich denn? Und dann ist der Mittelteil ganz hervorragend geeignet, um dann auf die feinen Scharfstellungen zu kommen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich, wenn ich diese Fokussierung benutzen möchte, die ich euch erklärt habe mit diesem kleinen Splitscreen, brauche ich sehr viel Licht in der Linse. Das heißt, ich muss sie einmal ganz aufdrehen, die Blende ganz aufdrehen, um dann sozusagen die Kontraste zu sehen und auch diese Schärflinie zu erkennen. Und dann, wenn ich das Ganze scharfgestellt habe, wieder die Blende dahin zu drehen, wo ich sie brauche, um das Foto zu machen. Das ist so ein bisschen ein Schritt dazwischen, den man sich nochmal gönnen muss. Weil sonst ist das Ganze im Sucherfeld auch sehr, sehr dunkel. Man sieht nicht sehr viele Details, das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn man das sozusagen mit diesem Zwischenschritt macht, geht es ganz gut. Ja, soweit. So gut. Machen wir weiter. Ein paar schöne Fotos an der Nordsee. Jetzt folgt der Beweis, dass ich tatsächlich auf der Insel war, ein paar Bilder geschossen habe. Hier kommt die Diashow. Ihr kennt das wie früher im Partykeller. Licht ein bisschen runter, Musik ein bisschen an. Die Chips und die Flips auf den Tisch stellen und den Mettigel nicht vergessen vorzubereiten. Hier kommt die Diashow. Musik 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 Mettigel Musik Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Wenn ihr seid auch so gut, dann lasst mir ein paar nette Kommentare hier bei YouTube. Klickt auf den Daumen-Hoch-Button, wenn es euch möglich erscheint. Ich finde mich bei Facebook unter DR18-Foto auf meiner Homepage www.dr18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und vergesst nicht, den Videokanal hier zu abonnieren. Das wäre sehr nett von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.